Und wieder bin ich zurückgekehrt. Auch wenn ihr das wahrscheinlich gar nicht so mitbekommt. So, dann ist es hier los. Da! Okay. Oh. Plötzlich noch gezeigt, yay! Oh. Oh. Na? Noch nicht mehr! Hä? Man, viele höher! Juuuuch! Oh man! Na, das gibt's noch nicht! Gewinnen die Gegner die Überhand, geh in Deckung und schieße mit Lehnen aus der Deckung heraus. Könnte mal probieren, ja! Ein erneuter Versuch! Oh! Oh! Ohy! Oh, buff! Ah were you? What is that? Do it! Stop! Hey! Move there! Pick Move! Ah, ich... Ah, da ist wieder... Das ist doof. Kann ich immer gebrauchen. Hm. Okay, das kann ich nachher. Dann fahre ich noch mal weg. Ich habe eine Idee mit dem Zeug, was ich jetzt unten anleben gefunden habe und das, was ich jetzt hier oben gefunden habe, könnte ich glaube, die Überladung zu 200 Grids machen. Ah. Oder so. Ich kriege keiner mehr dran. Schön. Yay, nochmal 200. Juhu. Dosenfraaas. Lecker. Ach, 200 über 20. Hm. Geklappt. Geklappt. Mir scheint so. Ja. Wieso General Strassi? Ich dachte, der Typ als General Totenkopf. Schon an die Reine gekommen sind. Das wird die Reine gekommen sind. Das ist die Reine gekommen. Erklären Sie mir das bitte. General. Hm. Was ist das denn? Ich habe Schützgewehr. Nice. I like it. Die Mitte reichen. Hä? Hallo. Wo muss ich hin? Was doch. Ah. In der Mondruble findest du eine Tür zum Wartungsbereich. Such nach einer Tür in der Außenwand. Fast ganz unten in der Ruppe. Oh mein Gott. Habe was bald? Wagen wir's bald. Wie dass die Armee wieder einig? Es gibt es deferral, was die Fläche jetzt ausgelöst. Wie ist das denn? Puh! Haha, ich kann... ich mach den Mund kaputt! Oh, ist leer! Oh, das ist nicht nur ein Scharfschutzgewehr, das ist ein DMR, mein Lieblingswaffentyp! Ich bin im Weltraum! Weltraum! Hä? Hä? Warum rei ich denn jetzt hier oben? Ein Hebel ziehen? Okay, das ist alles! Hä? Komm mal! Was war meine Aufgabe? Und was war meine Aufgabe? Äh... Ah! Mhm! Frage mich ob es Erfolg dafür gibt, wenn ich den kompletten Mond zerballer! Bestimmt! Hä? Wie die Zukunft unseres Volkes Kommt jetzt gar nicht mehr runter... Oh! Klar! Ja! Äh! Ne! Ich glaub das... Äh! Geh doch! Ja! Super! Und jetzt? Oh! Doppeltroft Wind habe ich auch noch... Why not ISQ? Da müsste eine Luke in der Wand sein! Guck doch nicht so bö... Ah! Da müsste eine Luke in der Wand sein! Der Zugangstunnel zum Fahrstuhlschacht! Was würde ich nur ohne Kumpel Schweißgeld machen? Hoffentlich sind die Fahrstühle durch die Explosion nicht beschädigt worden! NEEE!!